Draußen ist es winterlich und schweigt. Heute sind wir zum Besuch auf Schloss Lande. Hier werden beim Oberländer Advent Klosterarbeiten gezeigt. Ein seltenes Kunsthandwerk Jahrhunderte alt. Ein besonderes Stück ist das Fatschenkindel. Auf dem Weg zum Turm kommt man an der riesengroßen Krippe vorbei. Ein Fatschenkindel. Ein Fatschenkindel. Musik Das war's für heute. Da und da und da. Auch die da und ich gerne das Blasen machen. Flaches Blatt. Dann will ich eben gern da drinnen eine Perle haben, das ist sehr klein. Dann muss ich die Berle auf dem Draht, die kleine Berle, aufziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020